Guten Abend zu Wawo Muchachos, da sind wir zurück mit Rainbow Six Siege. Wir zocken zusammen mit Bolleck und dem aus Bulgarien zurückgekehrten Barbossa. Ja, verschollen und wieder da. Was geht Muchachos? Ich hoffe, es geht's gut. Es geht gut. Auf welcher mehr spielen wir denn? Das sehe ich gar nicht. Yacht. Ja? Bereich sichern. Bei mir wäre ja nämlich alles schwarz. Könnt ihr nicht sehen. So ein wieder. Ähm. Übrigens Muchachos, wir haben es allerdings noch nicht mitbekommen. Es gab einen kleinen Patch bei Rainbow Six. Da wurde Battle Eye Anti-Cheap geflügt. Und dieses Wochenende bis zum 31. August ist Free2Play Rainbow Six. Einfach nur YouPlay runterladen, falls ihr nicht habt. Durch Rainbow Six Siege kostenlos runterladen. Das ganze Wochenende läuft auf PC und Xbox One. Genau, check das ab. Alle anderen haben leider Flash gehabt. Ich glaube, die sind im Casino. Joho. Money. Money, 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 money. Money. Aber ich hätte gerne den Termite mit Pumpgun gespielt. Huh. Ich habe übrigens bis jetzt. What the fuck? Zwei von zwei Runden mit Termite Pumpgun to go on. Das ist ja jetzt noch nicht die Kunst, ne? Zwei von zwei. Ja, aber es ist besser als die von zwei. Es sind 100%. Nein. Ich bin geschossen, du Arschloch. Aha, meine Pumpen. Du Arschloch! Was da? Ey, du Arschloch! Kurze. Du dreckst auch. Ich hoffe, es geht nicht schlecht. Ich bin da nicht rein. Wolle, ich will nicht wegspringen. Das habe ich oben rein. Walküre in der Ecke hier. Ja, okay. Walküre verletzt. Sehr nice. Beweg dich. Ey, diese scheiß Drohne. Meine Drohne ist einfach lost. Vollverkür ist einfach weg. Warte mal, wo ist sie? Wo ist sie? Wiederfinden? Doch, diszipliert. Marvin. Warte. Ja, sorry. Ne, ich brauchte nicht. Wo ist meine Drohne? Na, egal. Drohne. Mal random reinfricken hier. Nice. Ich hab'n Kill. Wo ist der Typ? Wow, war das close. Fast wär's meiner gewesen, ja? Fast wär's meiner gewesen. Das war dicker Skill hier. Warte, ich mach mal erst den Falle weg. Dann hat er auch. Loil. Oh, oh, oh. Loil. Da hat jemand an. Da hat jemand an. Ich wollt grad sagen. Oh. Hö. Dann nehmen wir. Jetzt nehm ich. Eiskalt. Loil. Was willst du machen? Was willst du machen? Was willst du tun? Was willst du tun? Nein, ich wollte die Frost nennen. Oh, fucking Jesus. Deko, wechsel mal rüber ins Gegner-Team, ja? Ah, okay. Es ist einer zu. So. Pistol wiping. Es ist immer besser, wenn man da nochmal richtig schön reinhaut, ey. Immer nochmal ins Gesicht sagen. Wenn der Typ auf dem Boden liegt, scheißegal. Fünf Leute wieder. Ja, perfekt. Perfekt. Da sind sie alle wieder da. Wollen alle wieder fertig gemacht werden. Ja, aber der eine dürfte... ...betrick. Ja, nur noch vier, glaub ich, oder? Jo. Der, der vorher schon da war, ist geliebt. Äh... Der andere Typ dürfte... Oh, der ist auch geliebt. So. Also gegen drei. Jetzt sind wieder zwei neue zugekommen, aber die werden wahrscheinlich auch geliebt, weil die Runde ganz losgegangen ist. Nö. Come on, come on, come on. Das war fresh, wie auf dieser Map hier, wenn man irgendwas platziert, irgendwelche Wände versteckt oder sowas. Wände insta diese Frostschicht an... annehmen. Kepler, Kepler, Kepler. Kepler, Kepler, Kepler. So. 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 Ist ja irgendwo was gehört. hier oben doch mal auf die flanken können ich glaube über uns meine steuerraum ich bin noch gegen zwei das war knapp aber erwischt das war knapp aber erwischt ich habe ja gesagt los springladung betreibung wir warten mal ein bisschen vielleicht noch ein fünfter dazu ja oh ja oh nein wir sehen 2 0 aber der der gejoint hat der ist auch bei ich wollte schon sagen ich habe gerade auch zwei easy kills mit der pumpgang geholt ja zwei kills geholt oben zwei weil ich bin pink baboon selben platz und selben punkten ich hoffe ganz dringend so ab geht die post jetzt so maschinenraum er ist clear cockpit ist auch clear ah was haben wir denn hier das sind auch sauber erste OG erste OG korrekt doch steht bei mir Bücher das ist doch erste OG zweites OG das erste OG steht doch da ja ist nicht korrekt das hier ist erstes OG ich bin eine Moshi gibt es gar kein EG Erdgeschoss darunter gibt es ja nur auch Keller oh Moshi oder bin ich bindet ja bist du ey du hast es aufgemacht dann musst du jetzt durchgehen meine Drohne gibt es nicht meine Drohne gibt es nicht LOL LOL meine Drohne ich komm hier doch weg ich sag mal der Drohne wäre schon wieder lost ok der Raum ist erstmal free und ne Treppe ist auch nichts oh meine Treppe hier ist auch nichts aber wenn du kannst also schon mal rein hoppen rein hoppen ja wir in irgendein Raum bleiben rechts ist auch leer kann ich rechts reinlaufen links und rechts beide Räume leer ja also die Drops über der Küche sind beide verstärkt woher man sich erbarmen könnte zwei zwei sind in der Küche holst du hier oben auf der Treppe holst du hier oben auf der Treppe auf der Treppe woher wird sich hin bei der Treppe ich wusste dass er da kommt obwohl ich dieselben stunts habe wie deco hätte nur wieder mehr markiert ich hab kein skill verloren in der 1 woche alles noch nicht ja loll bollocks das alter 1 ich denke mal wir werden dann beide sichten laden oder also gebt ein download wenn es euch gefallen hat ich bin es heute mit diesem mal reingraun bye bye ciao